Die letzte Übung verlangt erneut Koordination und Ausdauer. Hüpfe dazu auf der Stelle. Öffne und schließe dabei deine Beine, strecke gleichzeitig deine Arme über den Kopf und wieder nach unten. Das sieht zwar wie ein Hampelmann aus, ist aber gar nicht so leicht. Versuche 30 bis 60 Sekunden lang zu hüpfen. Untertitelung des ZDF, 2020